Na gut, dann ist das jetzt ein bisschen chaotischer. Das ist Absicht. Oh, Jemini, das könnte jetzt unangenehme Folgen für unsere kleinen Knobbelingfarben. Oh, nein. Nein, nein, nein. Wir gehen recht schnell kaputt, aber ich weiß nicht, ob das so funktioniert wie der Meter, weil ich hier gerade alles verkackt habe. Aber so richtig. Oh, je. Ich hoffe mal, die Melonenkatapulte werden mir den Arsch retten. Zumindest ist es so geplant. Hallo, Günther. Guten Tag. Da ist sie verkackt. Du willst sie aber richtig verkacken. Du, ich sag's dir auch. Du willst das richtig verkacken. Aber so richtig. Das stimmt nicht. Oh, da kommt so Ballonviech. Oh, je. Und so ein Garlick geht nicht gut aus. Ich mach kleiner Garlick. Boing. 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 Schwimm. Boing. Boa. Boa. Boing. Na, ist kaputt gepuft worden. Aber reicht doch gerade so, ne? Ja, 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 ja. Boa. Ist das gefährlich? Nein, ja, wo ist denn da weg? Verdammt, jetzt müssen wir drauf aufpassen, wenn so ein Stab hochzusprung, Zombie kommt. Puff. Und. Puff. Süß. Ich hab gesagt, wir müssen aufpassen, wenn so ein Stab hoch... Ach, der wird auch kaputt gepuft. Es reicht aus. Oh, Gott sei Dank. Holy Crap. So. Okay, kann ich noch retten? Kann ich noch retten? Ist doch das totale Chaos und absolut unnötig. Aber Hanni hat's fabriziert. Hanni kann das noch retten. Oh, guckt euch meinen kleinen Garlick an. Das ist aber nicht gut. Oh, oh. Und jetzt kommt noch die große Welle, ne? Oh je. Oh je, Mini. Hanni hat's beschissen. Hanni hat's nicht hingekriegt. Pist, verdammter. Kriegen wir die noch schon kaputt, bevor sie überhaupt beim Garlick anlanden? Das wär super. Also er sowieso, weil er ja... Ja, okay. Weil er ja da drüber springt. Oh Mann, ist schon so ein großes Chaos jetzt auf der Map. Das ist total chaotischer hier. Achso, ich wollte ja die auch mal setzen. Ob ich die noch mal setzen kann, bevor die Welle komplett rum ist? Hm, ich bin mir nicht sicher. Wäre dumm, wenn ich die noch zum nächsten Race mitnehmen müsste. Will ich eigentlich nicht. Zumal ich das Lealf-Pad mitnehmen muss. Die Tallnut. Die Catnut. Die Garlicks. Die Garlicks. Ich weiß nicht. Wichtigstes an dem ganzen Konzept ist der Garlick. Und was nehme ich nicht mit den Garlick? Ey. What's wrong with you, Honey? What's wrong with you? Stupid. Bitch. Hast du dich gerade selber als Schlampe bezeichnet? Nein, als Händin. Ja, das macht natürlich alles viel besser, Honey. Viel besser. Puff, puff. Puff, puff. Oh je. Puff, puff. Oh, das hat ja nichts mehr so noch geklappt. Also mit den Melonen auch? Aber die nächsten... Ach, Günther habe ich total übersehen. Jo, ich war auch schon kaputt, ich da überhaupt ankam. Ist doch egal. Gloriert mich einfach. Ich bin unwichtig. So, dann habe ich die Melonenkatapulte schon mal gepflanzt. Eismelonen müssen wir jetzt mitnehmen unbedingt. Das und das und das und das und das und das und das. Oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Diesmal nicht den Garlick vergessen, nicht den Garlick vergessen, nicht den Garlick vergessen. Nimm den Garlick mit. Ähm. Garlick? Wir brauchen, glaube ich, Magneten, oder? Die Helm Zombies werden auf die Dauer auch ziemlich hart. Ich bin mir nicht sicher. Also den Garlick mit dem Mini-Pet, Lillipet, Cat-Pet, Wintermelon, Spiky-Weed, Pumpkin. Oh je, Mini. Und jetzt sind wir schon an dem Level angelangt, wo ich überlegen muss, was nötig ist jetzt noch mit? Was nötig ist noch mit? Der Magnet wäre ja super. Der Magnet wäre echt super. Oh je, Mini. Was macht denn noch so richtig Schaden? Aus Sicherheitsgründen könnte ich natürlich eine Cherry Bomb mitnehmen. Aus rein sicherheitstechnischen Gründen natürlich nur. Ich habe keine Ahnung, was das wird. Das wird die totale Katastrophe, so wie immer, so wie sich das gehört. Ready, set, plant. Also das ist unsere kleinen Mini-Stu, die wir noch so lange überlebt haben, finde ich ziemlich beeindruckend. So, jetzt müssen wir auch anfangen hier unsere Reihen besser zu schützen. Okay, die gehen die kaputt, weil ich die Melonen-Katapulte da habe. Exzellent! Den Garlick geht es auch gut. Jetzt bin ich überlegen, die hintere Reihe Garlick auszutauschen gegen Magneten. Aber wir werden das erst testen. Ob das wirklich wichtig ist oder nicht. Seht ihr, wenn das Lächtern geht? Das ist immer noch mein Lieblings-Sound. So, damit können wir auch ganze Zombie-Reihen einfrieren. Dann sieht das Ganze doch schon viel besser aus. Und das repariere ich, wenn ich genügend Sonnenlichter habe, um es zu reparieren. Erstmal geht das ja so auch. Vorerst. Ganz viele Spikies. Okay, letztes Wintermelon wird ausgerichtet. Ähm, ehe die Viecher hier weitergekommen, sind sie schon kaputt, die Katschow. Wie, Kiel! Nein, so nicht. Ähm, da würde ich jetzt gerne mal das Chaos hier beseitigen. So sieht das Ganze doch schon viel besser aus. Und auch hier würde ich gerne dann eine von den dicken Dingern da hinballern. Erst wenn die ready sind und wenn wir die Shrooms nicht mehr brauchen. Oh mein Gott, dann strauche ich der kleine Garlick. So, Sonnenlicht, Sonnenlicht, Sonnenlicht. Immer wenn ich Videos von mir übrigens selber angucke, nachträglich. Und das mache ich immer ganz gerne, um entweder guten Titel für die Folge zu finden. Oder ich lasse es nebenbei laufen, während ich alles auf Facebook und so einrichte. Ähm, und ich gucke gerne auf das Video. Dann will ich da Sonnen einsammeln. Muss euch das nicht auch total ankotzen, wenn man da sitzt und die Sonnen einsammeln will. Und das, ähm, geht nicht und das Video stoppt dann. Ah, schlimm, schlimm, schlimm. Erste große Welle. So, das ist auch der Kinder. Du hast unser Auto kaputt gemacht. Jetzt hast du mich auch nur kaputt gemacht. Du kannst eigentlich mit ruhigem Gewissen schlafen. Klar, ihr wollt an unser Gehirn. Natürlich könnt ihr mit ruhigem Gewissen schlafen. Ihr habt das nicht anders überdient. Explosions, Explosions Und Bam Okay Ich kann hier noch mehr Spikies draufballern Da kommen die Zombies überhaupt nicht mehr weit Falls sie weit genug kommen Werden sie kaputt gepufft rum Schwierig wird es dann nur wieder bei den Gargantois Aber die kriegen wir auch glatt Da werden wir alles mitnehmen Was explodieren kann Ich weiß nicht, was unsere kleinen Puffrums sind immer noch da Ihr seid so süße, kleine, fleißige Puffi-Schrums So Ich bin überlegen für die hinter Naja, die werden auch eingefroren wird hier Die Melone trifft auf zwei Reihen Und die friert die dann ebenfalls mit ein Das ist nicht ungünstig Nicht ungünstig, möchte ich dazu sagen Doch Das gefällt mir gar sehr Puff Puff, Puff Oh, ich muss mal von meinem Red Bull nebenbei trinken Ich hatte heute Morgen überhaupt keine Stimme zum Aufnehmen Hab schon gedacht Ah, verdammt Des letzten Tage hatte ich immer schon zu der Zeit, wo ich eigentlich aufnehme total die gebrochene Stimme Auch jetzt klingt sie nicht gerade besonders toll Möchte ich dazu sagen Aber dann hab ich euch einfach mal entschlossen dazu, Red Bull zu trinken Und dann plötzlich war die Stimme wieder da Einigermaßen zumindest Ihr könnt mir gar nichts Irgendwann gar nichts Nein Oh 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 Ihr könnt mich mal sonst wo leckern Das wollte ich gar nicht so ausdrücken Die Meta funktioniert Ich bin sehr zufrieden damit Auch wenn hier ab und zu so ein paar Zombies auftauchen Die werden ja kaputt gepuft Oh, ich hab das Geld nicht einsammeln können Das geht einfach nicht Man muss so auf das ganze Spiel konzentriert sein dass man das mit dem Geld, das geht so unter. Also hört auf mit dem Kommentar zu schreiben. Du hast ja kein Geld eingesammelt. Ich weiß. Ich kann aber auch nicht an Alice denken. Meine Fresse. Unser Mies approaching. Oh no. Dann würde ich sagen, brauchen wir wieder Spikeys. Wir brauchen wieder Spikeys. Und jetzt wird die Zeit für Magnet-Schrums. Magnet-Schrums. Spikeys-Schrums. Boomsi-Dupsi-Bubli-Dupi-Bubi. Spikeys. Ich bin gerade überfragt, was ich sonst noch mitnehmen könnte.